Der Trend ist sowohl für Bitcoin als auch für Ethereum festgelegt und zeigt nicht nach oben, sondern nach unten. Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, wo immer Sie sind, wann immer Sie sind. Vielen Dank, dass Sie sich meine Videos angesehen haben. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Auch wenn Bitcoin und Ethereum abgestürzt sind, haben wir Ihnen gesagt, dass es zusammenbrechen wird, wenn es ein bestimmtes Niveau erreicht. Und ich werde Ihnen sagen, was dieses Niveau ist. Denn wenn Sie sich das Video von gestern angesehen haben und das Video von gestern tatsächlich gesehen haben, habe ich es Ihnen gesagt. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich, obwohl ich eher bullisch war, wenn es ein bestimmtes Niveau durchbrach, bärisch werden musste. Und das ist zum Glück passiert. Nachdem dies gesagt ist, werden wir uns das in den Charts ansehen. Und wenn Sie am Handel interessiert sind, stellen Sie sicher, dass Sie dies unter bybit.davincei15.com oder tobit.davincei15.com tun. Links finden Sie in der Beschreibung unten. Ich bin hier auch für eine Auszeichnung nominiert. Nominiert für den besten Krypto-Influencer. Ihr müsst einfach abstimmen. Vielen Dank für alle Ihre Stimmen. Ähm, in der Beschreibung gibt es Links, um dafür zu stimmen. Ähm, ich weiß es wirklich zu schätzen, wenn Sie das tun. In Ordnung. Vor diesem Hintergrund handelt es sich bei dem ersten Nachrichtenartikel des Tages um einen Blockchain-Detektiv, der vor einem nicht aufgedeckten kritischen Fehler und Athena warnt. Nun, Athena ist eine Art-Blockchain-Schickt-ein-Blockchain-getehrter-Ehefrauen-Wahl. Rechts. Blockchain-Detektiv, der den Untergang von Luna vorhergesagt hat. Und USDT. Also müssen wir... Du musst auf diesen Kerl hören. Ehrlich. Ich meine, es hat nicht lange gedauert. Es hätte kein Genie gebraucht, um tatsächlich herauszufinden, dass USDT und Luna nicht funktionieren würden. Ich habe einfach angenommen, dass sie demselben Hersteller folgen, aber das stimmt nicht. Aber wie dem auch sei, Athena ist ein aufstrebendes Blockchain-Protokoll für synthetische Dollar-Stablecoins. Hardfight Whale bittet um Spenden für bestimmte Unternehmen, bevor er diese Legendenfehler aufdeckt, da Athena kein Bug-Bounty-Programm hat. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wenn es um das Geld von Leuten geht, und zwar um große Geldbeträge, sollten sie über eine Art Bug-Bounty-Programm verfügen. Sie sollten einen öffnen, damit Leute wie er es tatsächlich tun können. Stellen Sie diese Informationen bereit, und Sie können das Problem beheben, bevor es tatsächlich zu einer großen Sache wird. Leider haben Sie es nicht getan. Und so hört es sich ein bisschen so an, als würde er Sie erpressen, aber er gibt Ihnen das Geld, um Sie zu bitten, es zu spenden. Also, aber ich glaube nicht, dass Sie das tun werden. Äh, wenn Sie das tun würden, wenn Sie es täten, dann würde das in Zukunft ein Problem für Sie schärfen. Dies steht kurz davor, dass Athena einige Airdrops im Wert von 750 Millionen durchführt. Es ist ein Governance-Token, und wer weiß. Mal sehen, was passiert. Es wäre schlimm, wenn dieser Typ den Fehler aufdecken würde. Ähm, richtig. Äh, der Öffentlichkeit, wenn er es Ihnen privat verrät. Ähm, das wäre besser. Und wissen Sie, wenn Sie nichts tun, wenn Sie keinen Wert bieten, dann würde ich diese Blockchain nicht verwenden, wenn Sie keine vergleichbaren Renditen und keinen Gegenwert bieten. Sie müssen nicht die Million zahlen, die dieser Kerl verlangt, aber Sie müssen etwas aus Respekt geben. Vor diesem Hintergrund teilt Vitalik Buterin seinen nächsten Schritt für die Säuberung von Ethereum mit. Für den Durchschnittsbürger gibt es hier nicht viel, aber alles, was es bewirkt, ist, dass er Ihnen das Ausführen von Knoten ermöglichen kann, indem er einige der Daten entfernt, sobald PIRG verfügbar ist. Das wird sich nun verstärken. Ethereum ein bisschen, denke ich. Denn eines der Dinge, die Sie tun müssen, natürlich nur, wenn Sie aufhören, es zu aktualisieren, oder? Wenn es mehr Knoten gibt, richtig? Und die Knoten müssen nicht ständig aktualisiert werden, und Sie stoppen die Upgrades. Und es gibt eine eingefrorene wie eine verknöcherte Version von Ethereum. Es wird für Regierungen schwieriger anzugreifen, denn jetzt, wenn es ein zentraler Bestandteil von allem ist Funktionalitäten, der Kernbestandteil von die Ausrüstung als Hardware und eingebettet in Hardware und ähnliches, man kann sie nicht wirklich ändern. Das wäre also ein Schritt in die richtige Richtung und würde die Existenz der Knoten natürlich erleichtern. Alles klar, weiter geht's. Tron argumentiert, dass die Klage der SEC nicht zu weit geht. Ja, ich weiß. Das ist das Problem, oder? Viele Leute kommen mit Ideen zu mir. Sind gegen die SEC, oder? Und daran ist doch nichts auszusetzen, oder? Sie können ein Projekt aufbauen, das gegen die Regeln der Securities Exchange Commission verstößt. Aber verstehen Sie einfach, Sie werden kommen und Sie holen. Ja, also besser viel Geld verdienen. Sofort, schnell. Du musst dich schnell, schnell, schnell bewegen. Damit du genug Geld hast, um dich vor Gericht zu verteidigen, denn egal was passiert, sie werden kommen und dich holen, egal wer du bist, wo du bist, selbst wenn du nichts an einen Amerikaner verkauft hast, ist das nicht der Fall. Das ist eigentlich egal. Das Unternehmen hinter der Layer-1-Blockchain Tron hat beim New Yorker Bundesgericht beantragt, die gegen es gerichtete Klage der US-Börsenaufsichtsbehörde, Security Exchange Commission, abzuweisen. Mit der Begründung, die US-Regulierungsbehörden zielen darauf ab. Überwiegend ausländisches Verhalten, oder? Ich meine, ja, genau. Es ist so, als ob man Sie verklagen und aufhalten würde, oder? Warum verklagen Sie nicht einfach Südkorea? Rechts? Oh, das stimmt. Sie haben keine Waffen. Ah, ich sehe. Oh, Sie haben keine Waffen. Deshalb. Hier müssen Sie also sagen, Ihre einzige Waffe ist Bargeld, um die besten Anwälte zu bezahlen, wenn Sie gegen die SEC-Regeln verstoßen. Was wissen Sie? Alles verstößt gegen die SEC-Regeln. Denken Sie also nicht einmal darüber nach. Sagen Sie nicht einmal, oh, verstößt das gegen die SEC-Regeln. Sag einfach ja. Das tut es. Und weitermachen und schnell aufbauen. Das ist es, oder? Okay. Die SEC ist also kein weltweiter Stammgast, oder? Und seine Bemühungen, US-Wertpapiergesetze anzuwenden, um ausländisches Verhalten zu dominieren, gehen zu weit. Die Tron Foundation erklärte am 28. März, sie habe den Antrag beim New Yorker Bundesgericht abgewiesen. Nun bezweifle ich, dass das abgetan wird, aber hey, weißt du was? Es sollte sein. Zusammenfassung des Kryptomarktes, Kern- und Frauübertreffen in einer Woche der Marktvolatilität. Okay. Wow. Am 1. April verzeichnete der gesamte Kryptowährungsmarkt am letzten Tag einen Rückgang von 2,2% und Bitcoin und Ethereum fielen um 2 bzw. 3% gegenüber dem US-Dollar. Trotz dieses Abschwungs gab es in der vergangenen Woche 14 digitale Vermögenswerte. Der Kryptotoken-Kern stieg um 177% und die Ehefrau um 50%. Mensch, was? Jesus. Wow. Ja, Hundefrauenhut. Ich denke, es ist ein Hauch von Hut. Hundeduftmütze. Verdammt. Wie Jesus. Nur eine Hundesache. Ich verstehe es einfach nicht. Denn es ist buchstäblich nur ein Hund mit Hut. Das ist es. Das ist es. In Ordnung. Was ist also mit dem Bitcoin-Markt los? Gehen wir noch tiefer? Wahrscheinlich werden wir die Lücke auf 24k schließen. Das ist der Zeit, das Ziel für Bitcoin. Ich wäre wosiktig. Das ist, als würde man dich verraschen. Ich weiß, das war ein, kein Trendlinie. Ich wollte nur sagen, hey, das ist das Ziel. Und so haben wir das Ziel erreicht. Sobald wir dieses Niveau hier durchbrochen haben, bumm, bumm, das war ein Ziel. Das habe ich euch gestern gezeigt. Und wenn du mitmachen würdest, hättest du mitgemacht. Wenn du hier kurz mitgemacht hättest, hättest du wahrscheinlich ein bisschen leiden müssen. Aber dann wärst du glücklich. Dann hat man gelitten und ist wieder glücklich. Aber ja, ähm, sie hätten ihre Shorts vergrößern können. Denn sobald wir diesen Bereich durchbrochen hatten, war das der Hinweis, dass das Spiel vorbei war. Spiel vorbei. Das haben wir dir gesagt, oder? Wenn wir gestern dieses Niveau hier durchbrochen haben, dann war es das. Die 69, es war ungefähr der 69, 35 Zoll Bereich. Das war Game Over. Und genau da, oder? Wir haben es gesagt. Wenn man sich Ethereum anschaut, ist es so ziemlich die gleiche Spiegelsache. Wir sagten, hey, es war etwas niedriger, aber hier ist es. Als wir das durchbrachen, war das Spiel vorbei. Wir kamen zurück, testeten es erneut und fielen. Ja, also wohin gehen wir von hier aus? Nun, ich meine, wenn wir uns Ethereum ansehen, muss es noch etwas mehr bis zur 61,8 gehen, also ist es dort ein leichtes Ziel, bei dem Sie eine Short Position eingehen können. Ich würde darauf warten, wissen Sie, vielleicht pumpen Sie noch ein wenig nach, um in eine bessere Position zu gelangen. Wenn Sie hier einen Kurzschluss machen möchten, können Sie klein anfangen. Klein anfangen. Und wenn es hochkommt, erhöht man es, denn es wird sich überschlagen. Ähm, aber denken Sie daran, es könnte bis zur, äh, bis, äh, 40 Marke, der 3.400 Dollar Marke oder dem 34,86 Bereich zurückgehen, um diese Höchststände erneut zu testen, aber ich bezweifle es. Es ist wahrscheinlich nur möglich, dass das Maximum in den Bereich von 3.400 isch geht. Also. Du wirst wahrscheinlich in Sicherheit sein. Wahrscheinlich könnten Sie auf halbem Weg einen Stop-Loss in Kauf nehmen, aber, ja, ich denke, überall hier wäre ein Stop-Loss für Sie in Ordnung, um sicherzustellen, dass Sie nicht ausgelöscht werden. Nachdem dies gesagt ist, werfen wir kurz einen Blick auf Schieb. Schieb hat, wie gesagt, sein Ziel erreicht. Es war ungefähr 27. Aber wir könnten noch weitergehen und den ganzen Weg zurück nach unten gehen, das 2.400 isch-Gebiet. Man kann zwar sagen, dass das passieren wird, aber hey, weißt du was? Es sieht so aus, als ob es zum jetzigen Zeitpunkt darauf abzielen möchte. Seien Sie also vorsichtig da draußen. Im Moment sind wir überverkauft. Es könnte also sein, dass wir einen Aufschwung erleben, nachdem der Kurs noch ein wenig nachgelassen hat, und dann einen Aufschwung erleben. Ich komme wieder hoch, um es noch einmal zu testen. Den 2800er-Bereich bevor er umkippt und wenn er den 2200er erneut testen möchte, wird er das tun. Okay. Nachdem das gesagt ist, danke euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge gefallen. Ich werde morgen zurück sein und wahrscheinlich, ja, nein, ich werde morgen auf jeden Fall auch in der Mondshow sein. Schauen Sie sich das also unbedingt an, dann sehen wir uns morgen. Tschüss. Tschüss.